In Euten liest Sportreporter Helmut Poppen aus seinem neuen Buch. Helmut Pumsen! Du kannst doch nicht arbeiten! Ich kann doch keinen Text mehr vorlesen. Helmut Pumsen! Lies Sportreporter Helmut Poppen aus seinem neuen Buch unter dem Titel Die schwarze Wegfahrsperre. Lass einfach laufen. In Lohne wird der Welttag des Buches mit einem Theaterstück unter dem Motto Ein Dreifachtusch für Philipp Pusch. Stopp! Ja, was ist das mit Scheiß-Dix? Ja, Helmut Poppen! Ach ja! Ein Dreifachtusch für Willem Busch. Helmut Poppen! Helmut Pumsen! Oh nee, ich kann nicht mehr! Ich will sterben! So. Pfff, was ist das? In Euten ließ... Ich zieh das jetzt durch. In Lohne wird der Welttag des Buches mit einem Theaterstück unter dem Motto Ein Dreifachtusch für Willem Busch gefreinigt. Oh Gott! Die ist jetzt in meiner eigenen Rotze! So. Okay. In Lohne wird der Welttag des Buches mit einem Theaterstück unter dem Motto Ein Dreifachtusch für Willem Busch. Stopp! Stopp!